Der ist gut, der Fisch. Ultra heftig, wie du hier kennst du das. Wie normal. Und ich hab einen Biss. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie wir überhaupt da hinkommen. Und ich glaub, hier gibt's mehr an dem See. Mega ärgerlich. Ärger mich jetzt echt gerade. Dann losbeißen. Hat Spaß gemacht. Alles rein in den Bus. Das ist ein Karp. Mega geile Stimmung hier am Abend. Ja, der Morgen bricht an und es hat gerade mich eine Route zu Wort gemeldet. Die Tiefroute auf viereinhalb Meter. Da freu ich mich auch sehr drüber. Ich mag Schlein. Und irgendwo müssen die Fische sein.